Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns ein bisschen genauer mit Materials beschäftigen und zwar habe ich die letzten paar Male bloß gesagt, ja ich habe hier mal so ein bisschen was vorbereitet, klar wollt ihr das natürlich auch irgendwie mal selber machen. Okay, ganz kurzes Intro, Materials sind nicht nur solche grauen Flächen, sondern auch teilweise solche wunderschönen Steinwand Materials, aber die werden auch aus Texturen gemacht. Das heißt, wir benutzen in Materials nicht nur Texturen, sondern wir benutzen Texturen plus noch das, was ich euch jetzt zeigen werde und noch mehr natürlich und deswegen, ich werde euch nicht zeigen, wie man Texturen erstellt. Das ist nicht Part dieser oder Teil dieser Unreal Engine Serie, weil man das normalerweise nicht mit Unreal macht. Das macht man mit Photoshop, mit Fotografieren oder mit, keine Ahnung, externen, anderen externen Tools, die wirklich dafür ausgelegt sind, Texturen zu erstellen. Und normalerweise benutzt man diese Texturen dann in Materials, um dann noch ein bisschen mehr Effekt zu haben. Also zum Beispiel könnte ich dieses Material hier noch ein bisschen glossiger machen, das heißt noch ein bisschen spiegelnder, dann sieht es aus, als wäre diese Steinwand hier nass oder sowas. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Wir wollen uns jetzt heute damit beschäftigen, wie man mit normalen Standard Materials, also wie man einfach zum Beispiel mit diesem Cube Material hier, das bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht, umgehen kann. Und ja, dann könnt ihr eigentlich den anderen Kram schon selber machen. Wir wollen natürlich noch mehr zu Materials machen, keine Sorge. So, was ich hier benutzt habe, ist eigentlich das Third Person Template, was wir hier schon direkt am Anfang haben. Bloß hier so eine kleine, naja, ausgeschnittene Fläche, so ähnlich wie eine Garage. Und wie gesagt, ich habe dieses Material hier verändert für ein anderes Tutorial, aber das ist jetzt nicht Part dieser Serie, sondern wir werden das quasi selber machen. Also es ist völlig irrelevant, ob ihr hier das Standard Cube Material benutzt habt oder ob ihr es schon verändert habt. So, ich kann hier unter Starter Content und Materials schon relativ viele Sachen am Anfang direkt benutzen und habe schon sehr, sehr viel eigentlich zur Auswahl, was auch ziemlich cool ist. Aber oftmals reichen die nicht aus und ich möchte die noch ein bisschen mehr verändern. Und dazu kann man dann einfach einen Doppelklick auf das Material machen und dann öffnet sich dieser Material Editor, der hier natürlich relativ viel am Ende rausbringt und zwar ein Material, und zwar dieses Cube Material hier. Und da sehen wir mehrere Komponenten, die reingehen. Wir sehen hier an der Seite unglaublich viele Sachen, die werde ich euch wahrscheinlich nicht alle vorstellen können im Laufe dieser Serie, aber ein paar davon auf jeden Fall, die wichtigsten sozusagen. Und wie man jetzt diesen Glossy-Effekt hier bekommt, ist eigentlich relativ einfach. Achso, vorher noch kurz zu Farben. Das ist die Base Color und Farben kann man hier einfach angeben. Indem man sagt, ja, ich möchte hier ein Dreier-Vektor haben. Also hier sieht man es auch, ist ein Vektor aus drei Komponenten. Und diese drei Komponenten sind R, G und B. Also Rot, Grün und Blau. Nicht Gelb, so wie man das vielleicht manchmal denken würde, weil ja die Standardfarben, also die Base Colors sozusagen, Rot, Gelb und Blau sind. Aber eure Pixel am Bildschirm, die haben das Farblayout Rot, Grün und Blau. Das heißt, ihr habt für jeden Pixel, für jeden einzelnen Pixel auf eurem Bildschirm, habt ihr drei Farbkomponenten, damit ihr auch wirklich alles in Farbe darstellen könnt. Und das sind eben diese Rotwerte, Grünwerte und Blauwerte. Und hier könnt ihr sagen, von 0, also ganz aus, bis 1 ganz an, wie stark quasi diese Diode leuchten soll. Wenn alle drei Farben gleich stark leuchten, dann kommt ein Grauton bei raus. Ist relativ interessant, also komplett farblos dann am Ende. Aber wenn ich natürlich hier Rot höher stelle, dann kommt was Rosamäßiges raus, weil ich die anderen Werte auch noch leicht anhabe. Okay, natürlich kann man hier auch einfach hier oben picken, welche Farbe man gerne hätte und kann dann hier an der Seite die Regler anpassen. Aber das ist oftmals, hat man da genaue Vorstellungen, schaut vielleicht auch im Internet nach coolen Farben, die gut zusammenpassen oder sowas. Deswegen gehe ich da noch ein bisschen genauer drauf ein. Und zwar RGB ist relativ einleuchtend. Hier oben kann ich aber auch noch mit HSV, mit dem anderen Farbraum arbeiten. Es gibt quasi diese beiden, es gibt mehr Farbräume, aber die beiden hier sind die Standardfarbräume. Und kann dann hier einfach sagen, okay, ich hätte gerne einen Hue, eine Saturation und einen Value. Hue bedeutet der Farbwert. Wenn ich jetzt ganz nach außen gehe mal, dann seht ihr hier, 0 ist quasi Rot, also bei 0 Grad, das ist wirklich auf dem Kreis. 0 Grad ist jetzt in dem Fall hier und dann kann ich hier weiterziehen, sozusagen in Grad weiterziehen. Und wenn ich wieder bei 359 bin, ihr wisst, ein Grad hat 360, äh, ein Greis hat 360 Grad, dann fange ich wieder bei 0 Grad an. Das heißt, nach 359 kommt wieder 0 und ich bin quasi einmal um den Kreis rum. So, das heißt, damit kann ich meinen Farbwert aussuchen. Mit der Sättigung, Saturation auf Englisch, kann man hier diesen zweiten Regler bestimmen, beziehungsweise man kann hier bestimmen, wie weit eben nach innen dieser Farbwert hier geht. Und mit dem Value kann man bestimmen, wie hell das Ganze ist. Also ist es ganz hell oder ganz dunkel. Und wenn man das dann eben nach draußen macht, dann sieht man hier auch, wie viel Farbe ist drin und wie viel Schwarz ist drin, also wie stark leuchtet das Ganze sozusagen. Ja, ähm, ziemlich coole Sache eigentlich und wir werden das jetzt einfach mal hier so hinpacken. Sieht eigentlich auch recht hübsch aus. So, und jetzt habe ich natürlich nur meine Base Color. Jetzt möchte ich das Ganze für euch natürlich noch leuchtend, also so spiegelnd kriegen oder eben auch nicht. Und dazu gibt es diese beiden Werte hier. Um die anderen kümmern wir uns ein anderes Video mal. Ähm, das ist der Specular-Wert. Das heißt, er leuchtet. Also es ist quasi, wie glänzend ist mein Material gerade. Wenn ich das auf 0 stelle, dann glänzt es überhaupt nicht. Dann ist es komplett unbeleuchtet sozusagen, oder unspiegelnd. Wenn ich das auf 0,5 stelle, dann, ja, fängt es ein bisschen an zu leuchten. Und wenn ich es dann auf 1 stelle, dann ist es natürlich voll spiegelnd. Also quasi ein perfekter Spiegel. So, und jetzt kann man das super kombinieren mit der Roughness. Das ist sozusagen, wie weich ist mein Material. Also bei 0 habe ich wirklich einen komplett harten, äh, eine harte Metall, nee, nicht Metall, ähm, eine harte Steinkugel oder sowas, die dann perfekt leuchtet. Während bei 1 habe ich einen schönen, weichen Softball. Ähm, der sieht dann auch relativ soft eigentlich aus. Und da kann man natürlich dann auch jeden Zwischenwert machen, den man möchte. Das heißt, die beiden wichtigen Werte für diese runde, glänzende Kugel hier sind natürlich die Farbe, aber Specular auf 1 und Roughness auf 0. Da könnt ihr dann natürlich, äh, auch noch, ähm, ja, euch überlegen, was ihr da gerne kombinieren möchtet und sowas. Ich werde es jetzt hier einfach mal speichern und dann sehen wir schon, ah, es wird automatisch übertragen alles. Und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste für Materials. Jetzt haben wir hier so eine wunderbare rote Landschaft, die auch super spiegelt. Wir sehen es hier drüben. Die spiegelt wirklich gut. Und der Boden hier, der spiegelt jetzt nicht so sehr. Ähm, der ist etwas matter, ähm, was an dem, an dem Material von dem Boden liegt. Und zwar hier mit, äh, ja, wobei eigentlich ist es dasselbe Material. Wir können einfach mal kurz launchen und dann sehen wir hier auch, ah, der Boden spiegelt ja eigentlich auch. Man hat es noch nicht so gut von oben gesehen. Weil, äh, ja, es kommt immer darauf an, wie man drauf guckt. Und wir sehen natürlich auch sofort, hier wurde nicht das Cube Material benutzt auf diesem weißen Ding, was ich gerade hier benutze oder auf dem ich rumlaufe. Ähm, deswegen hat sich das auch nicht verändert. Das heißt, ihr habt das Cube Material verändert für alles, was ihr hier quasi so hattet und könnt jetzt damit eigentlich auch relativ schöne Effekte machen. Man sieht auch natürlich den Schatten auf dem Boden und der wird dann auch immer ein bisschen anders, ähm, je nachdem, welches Material, oder was für Einstellungen wir fürs Material hier haben. Okay, ähm, ja, eigentlich ziemlich coole Sache. Das war so ein kleines Intro in unseren Materials. Damit kann man natürlich noch viel, viel mehr machen und darum geht es dann auch beim nächsten Mal. Wir hören uns, bis dann, ciao!